Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. So, und wir haben nun also mal wieder die wunderbare Aufgabe, zu unserem Dingens zu kommen. Sprich, Ausrufezeichen, Dingens, ja. Seitdem es das Wort Dings gibt, ja, kann man alles beschreiben. So, wo ist das Ausrufezeichen? Da. So. Da müssen wir hin. So, hier springen wir jetzt vielleicht mal nicht runter. Ich hab gehört, das macht sich nicht ganz so gut, wenn man so tief hält. Soll Schaden oder sowas geben. So. Also, darüber geht's. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm, schwimm. Geht mir. Ähm. Hallo, ich muss aber da rüber. Das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr nicht machen. Ich muss ja da rüber. Hallo, geh doch weg. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Erstaunte Geräusche machen? So. Also hier rüber dürfen wir jetzt aber, oder? Sind wir in den Great Piss Hills? Das heißt aber Great Piss Hills, Alter. Ja, ich weiß. Und? Was möchtest du denn dagegen unternehmen? Alter Junge, ich komme in deine Hutte, ey. Mach dich voll fertig, ey. Ja, ja, mach das. Und wir haben eine Mission zu erfüllen. Halt! Was ist dein Weg? Ein drohender Konflikt. Er droht dem Pferd. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Okay. Dann folgen wir ihm mal. Wenn er das so will. Wo geht's denn hin? Es ist nicht Bunker Hill. Hi. Es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren und an Kanonengröße zu senden. Doch das machen wir jetzt. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Große Fresse nichts dahinter, wa? Aber da gibt's nicht nur einen von, ne? Vielleicht gibt's auch noch den einen oder anderen. Wer weiß. Geht denn hier. Alter, ich bin hier in Dahoud. So. Neues Gespräch incoming, Mama. Oh, geiler Ausblick. Oh. Oh. Ich geh jetzt zum Banker hin. Guten Tag, General. General, ich bin... Was? Ich sehe ja noch John. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortfällt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich küsse diese Flache, wenn ich Erfolg hatte. Ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Glaube ich nicht, dass du das tun wirst. Angriff! 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 So. Alter. Scheiße. Alter. Was soll das? Junge. Alter. Geht nie hier schief. Wow. Fire in the hole. Fire in the hole. Alter. Übelste Action hier drin. Boah, drei Millionen Gegner. Muss aber zum Schiff. Sorry, ich hab gar keine Zeit für euch. Wollte grad sagen, jetzt wollen die doch bestimmt was von mir. Alter, ihr feiert hier aber auch immense Party, kann das sein? Au. Miau. So, ich bin da mal weg. Verfolgen die mich? Nee, anscheinend nicht. Okay. Nicht, dass die gleich ihre Kanonen auf mich ballern, ey. Hätte ich ja mal richtig Bock zu. Alter. Ihr seht mich nicht. Ich kann mich ja mal einfach vor so eine scheiß Kanone stellen. Boah. 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 Chillt euch mal alle hier. Das geht ja nicht, was ihr hier macht. So. Und jetzt bist du da dran. Und jetzt bist du da. Hallo, was soll denn das jetzt? Aua. Boah. Fuh. Also das müssen wir noch üben. Pff. Das wird ja lustig. Ja, gehen wir mal nach links. Schauen, ob wir da mehr Erfolg haben. Boah. 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 Okay, also die müssen wir platt machen, sonst wird das nix hier. Boah. 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 Lass mich mal in Ruhe hier. So, weil nach deiner Meinung hat hier gar keiner gefragt. So. So. Pum. So. Und die paar Kollegen hier. Auf 12 Uhr werden wir auch mal fertig machen, oder? So. Chillt mal eure Base da oben. Töööö. Haha. Na, Kollege, das geht nicht. Also, das kannst du nicht bringen. Übelstes Gemetzel hier, ey. Willst auch noch was ab, hä? Willst du auch noch was ab? Bastard. So. Muchichichi. So, schnell weg. Miau. Sehr gut. Okay, jetzt auf den Mast klettern und die Flagge hissen. Machen wir. Gut, dann gehen wir hier jetzt mal nach oben. Machen wir hier jetzt mal nach oben. Suppi. Jumme, suppi. Das hast du gut gemacht. Ne, ich kann das nicht. Moment. Kommen wir von hier noch darüber? Glaube nicht. Okay, darauf wären wir eigentlich gekommen. So. Einmal außen rum. So. Dann klappt das jetzt auch. Klettern, 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 klettern. Und noch weiter nach oben. Jetzt will ich mal die Reaktion von dem Typen da sehen. Wie der guckt, wenn wir hier die Flagge hissen. So. Pam. Ein drohender Konflikt. Sequenz 7. Mission. Beendet. Ja, macht er nix. Das will wir mal nichts geschafft haben. Warum bewegt sich bitte der Pfeil und nix auf der Minimap? Hä? Ah, okay, wir sind zurück. Und da steht zufällig ein Pferd bereit. I. I. Was war... Habt ihr das gesehen? Bäh. Ich war im Pferd drin, aber in Stellen, wo du eigentlich nicht weinen willst. Ja, wohin, Junge? Du musst ansagen. Jetzt hier nach links, oder was? Alles Müller, oder was? Fett, der Typ kommt mir gar nicht hinter, ey. So. 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 Und wir sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch, und fürcht ist sie nicht. Ihr habt auch keinen Grund. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also. Besser. Basen. Munition. Haftet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Okay. Solange es jetzt nicht an mich gerichtet war. Das war eine gute Ansprache. Lügen allesamt fürchtig. Doch. Solche Lügen brachten uns so weit. Was ist denn? Er verließ Posten. Wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Brottenhilbezogen. Und wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander dauer. Ich schätze, dass du außen kamer raus. Oder wachst du, bis wir ihre Reihen gerichtet wurden. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz warten. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorträgst. Klar. Oh mein. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März. Hasen im März sind verrückt. Was? Passt du zum Mitternachtsritt? Hahaha. Wenn ich weiß, was mit Mitternachtsritt gemeint ist, einfach mal zwei, drei Folgen zurück. So. Pferdbeste... Apropos Mitternachtsritt. So, was soll ich jetzt hier machen? Ich sollte mir eigentlich ein Pferd schnappen, ne? Ja, dann machen wir es halt ohne. Auf. Das war geplant. Wie steht vor allem, schnappt euch ein Pferd, wo? Oder stand das da nicht gerade irgendwo? Oder habe ich das nur so gedacht? Ich glaube, ich habe wieder fissionlose Sachen gelesen, die irgendwo standen. Au. Oh, muss ja nicht gleich auf uns gehen. Uah. Wow. Wir sind ja ein paar, ne? Oh, einfach rennen. Nee, doch nicht. Moment, wir lassen das mal. Okay. Alter, guck dir das mal an, da vorne. Das geht los. Haben wir eigentlich irgendwelche Granaten oder so? Tomahawk. Moment. Wie weck ich das scheiß Teil, ne? Ich würde mich gern regenerieren. Möchte aber gerade nicht so wirklich. Rauchbomben, Giftpfeile, Sprengfallen. Hm. Und tot. Haha. Scheiße, Alter. Wie soll ich da durchkommen, ohne Witz? Hm. Möchte, Spock, wir haben ein Problem. Ach ja. Geht in Deckung. Jetzt haben sie gerade geschossen, also machen sie jetzt gerade Pause. Alter, und jetzt bin ich schon wieder tot, ey. In Deckung. Runter. Los, runter. Ja, und die stehen da, oder was? Die feuern. In Deckung. So, pass auf und tot. In Deckung. Pam. Boah. Ich glaube, hier werden wir aber ein bisschen länger sitzen. Na geil. Ich muss mir die besten Deckungen rausholen. Die nächste wäre jetzt hier. Wo ist jetzt die nächste? Wo ist die nächste Deckung? Hier unten. Wie soll ich bitte da rüberkommen, ey? Das musst du mir mal erklären. Okay. Miau. Alter. Ja, genau. Das Schlachtfeld überquert ohne Schaden zu allein. Ihr seid doch alle besoffen, ey. Ja, genau. Und jetzt kommen die Hainsens, oder was? Haut ab. Will nix von euch. Ich muss hier anscheinend irgendwo hoch. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn ich jetzt genau hier runterfallen würde. Spring-Kollege. Sehr schön. Puh. Alter. Ja. Ne? Alter, wie viele waren das? Scheiße. Wo muss ich jetzt nochmal anfangen? Ich fange jetzt nicht nochmal bei mir an, ne? Das sag ich euch. Ich will auf dem Berg hier anfangen. Ah, okay. Okay. Kommt mal ab hier. Du musst sterben. Mist. Sind ein paar. Wow. Und du jetzt. Jetzt wurde er in der letzten Sekunde von seinem Kackmensch gerettet, ey. Und der stellt sich da auch noch hin. Boah, das wird verdammt knapp, ey. Das sag ich euch. Alter. Game over. Boah. Mist Scheiße Alter Nein Mann, ey Ärgerlich Ärgerlich Ich wüsste, was ich jetzt gerade mal mache Moment, wie werfe ich die? Ich muss erstmal rausholen, wie ich die jetzt werfe, ey Nice, Alter Leck mich fett Au Abgehörtige Party Mist Mist Wie schieß ich das Scheißteil? Ich wüsste Hier Wie 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 So, jetzt ist es vorbei, Kollege. Jetzt ist es vorbei. So, Kollege, du hast ruhig zu sein hier. Scheiße. Nee, schaffe ich es nicht. Kann ich euch sagen, dadurch, dass ich es nicht schaffe, bin einfach viel zu angeschlagen. Alter! Das liegt ganz einfach an dem Konflikt davor. Der ist zu heftig. Wie kriege ich Dinge ins Sinn? Wie kann ich Rauchbomben werfen? Ich habe keine Rahmung. Untertitelung des ZDF, 2020